Musik Wir sind mal wieder hier unterwegs und wollen das Auto aufschrauben. Letztes Mal hat es überhaupt nicht funktioniert. Das sah nämlich ungefähr so aus. Ah! Oh, hier ist eine Schraube. Ich sehe eine Schraube. Ich habe eine Schraube gefunden. Schraub das jetzt. Ich werde sauer. Mann, wenn das hier doch einmal abfällt! Ja, und heute habe ich mir gedacht, ich gehe an die Sache mal ein bisschen mit Köpfchen ran. Und deswegen dachte ich mir, my summer car, das darf nicht aufhören. Wir dürfen nicht aufgeben. Heute steht alles unter dem Motto, nicht aufgeben. Alter. So, machen wir erstmal den Schuppen wieder auf hier. So, wir haben jetzt hier alles voller Teile. Unser Auto muss jetzt zusammengeschustert werden. So, hier, Kalutools brauchen wir auch wieder, ne? Müssen wir natürlich wieder mit rausschleppen hier den ordentlichen Kasten. Apropos Kasten. Mmmmm. Oh, ho, ho, ho. Jetzt können wir auch arbeiten. Was ist das denn hier eigentlich? Das ist mir letztes Mal gar nicht aufgefallen. Hier steht ja voll das Motorcycle. Ist das Motorcycle schon ready to fly? Kann man aber schon abdüsen, du? Gib mir das mal her. Wie mache ich das denn? Enter Driving Mode. Ja. Hey! So nicht. Oh, ich habe Licht an. Licht am Fahrrad. Licht am Fahrrad. Dynamo. Wie kann ich denn jetzt mit dem Motorcycle fahren, Alter? Ich drücke hier irgendwelche Aktionstasten, aber da passiert nichts. Ich sitze schon drauf. Wie kann ich jetzt fahren? Wie kann ich jetzt fahren? Gun. Hey, 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 hey. Nicht so rumschreien. Juhu! Ähm. Hallo? Hallo? Wo ist denn das hin? Äh, hä? Wo ist mein Moped, Alter? Das kann ich doch nicht. Gut, gehen wir mal ein Haus weiter. Vielleicht ist das ja hier beim Nachbarn gelandet oder so. Hallo? Ist da wer? Oh, hier steht ein Trecker. Oh, ich kann mich da reinsetzen. Äh. Halt, stopp. Oh, Licht ist schon mal dran. Das Ding ist an. Das Ding ist an. Wie fahre ich? Gun. Ich würde jetzt voll gerne in diesen Driving Mode gehen. Keypad 1. Keypad 1. Woher soll ich das wissen? Key. Pad. 1. So, jetzt doch mal ganz ruhig. Handbremse ist unten. Check. Ignition. Machen wir an. Check. So, wir haben jetzt aber noch keinen Gang drin. Richtig? Gun Gang. Ich kann fahren. Oh. Ist doch ganz einfach. Alter, verweiter. Komm, habe ich eine Map oder sowas? Das ist keine Map. Geil, Alter. Ich habe einen Trecker. Gun. Kann ich mit dem Trecker mein Auto anheben? Das wäre ja unnormal belohnt. Da brauche ich nämlich diese komische andere Kacki dann nicht, ne? Alles im Load auf dem Boot. Alles im Load auf dem Kudder. Alles im Load auf dem Boot. Alles gut in deiner Mutter. Was ist denn das jetzt hier, wenn ich die Hydraulik benutze? Oder was passiert? Oh, das wackelt. Ich habe es am Haken. Ich habe es am Haken. Oh, 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 oh. Das hängt hier wirklich am Haken, du. Mach mal aus. Ja, aber ich würde sagen, so kommen wir wenigstens an alle Seiten ran, oder? So hängt das da erstmal doch gar nicht so schlecht. Was, wenn wir jetzt ein Auto zusammenbauen würden? Was wäre so das Erste, woran wir denken würden, was wir brauchen könnten? Oh, das haben wir uns verdient. Die Sonne knallt uns auch wieder in die... Alter. Sag mal, kann ich damit die... Den Dingsbums treffen? Kann ich da einen Dreier werfen? Gib mal her, hier nochmal so ein Ding. Schnell. Ah, steh auf. So, und jetzt... Komm. Schade. Jetzt hängt das Ding gar nicht mehr dran, ne? Ich fahre den nochmal kurz ein Stück zurück. So, gib nochmal Gummi. Kurz zurücksetzen. Halt, stopp. So. Was muss ich zuerst machen? Hier muss ein Motor rein. Ist ganz klar. Wie baue ich den Motor zusammen? Wie sieht überhaupt ein Motor aus? Das sieht aus wie ein Motorteil. Okay, kann ich das jetzt irgendwie zusammenbauen? Was muss denn da rein? Das ist jetzt Lego für mich, ja? Ich habe wirklich keine Ahnung von sowas. Was haben wir denn hier? Oh, hier diese Zylinderteile. Die müssen aber bestimmt... Die Pistons, Alter. Die müssen da rein. Wann weiß ich denn, ob das da rein muss? Was muss denn als erstes in diesen Block? What the Block? Muss man Ruhe geben? Hallo? Was ist denn dein Problem? Ruhig dich doch mal. Was? Ich habe die Schnauze so voll hier. Scheiß Autospiel. Wir fahren ja jetzt volle Kanone gegen. Ach, ich habe hier nichts geschissen, du. So. Zeig es dagegen. Ich will fahren. So, jetzt erster Gang. So. Willst du jetzt ruhig? Das wird auch schon langsam wieder dunkel, wa? Du siehst hier schon den ganzen Tag am Machen. Wir haben noch nichts geschissen bekommen. Quality Content, Alter. Das sind hier auch so viele Teile, wie sie... Welcher Mensch soll denn wissen, wo das alles hingehört? Jetzt mal ohne Flachs. Oh, guck mal, ich habe einen Grill. Können wir hier so ein Würstchen machen? Sausages. Geil. So, jetzt natürlich die Frage... Wie nutzt... Die sind einfach drauf geploppt. Richtiges Würstchen, Alter. Wie kriege ich denn den Grill an? Wie mache ich denn Feuer? Das sind hier die wichtigen Fragen bei dem Spiel, glaube ich. Hier ist ein Autokatalog. Äh. Ach so, kann ich irgendwann tunen, oder was? Alter, so richtig krass mit Felgen und so ein Shit. Alter. Und ich kann nichts davon lesen. Gar nichts. Ich wohne in der Kessel in Parenti. Nummer 3. In 62, 3, 62. Alivierska, Alter. Irgendwo in Finnland, oder was? Ja, ich kann mal krasse Sachen kaufen, aber ich weiß ja gar nicht, wie ich das Auto bauen soll. Oh, wo fängt man denn hier an, Alter? Also, wenn ihr wisst, wie man ein Auto zusammenschraubt. Oder vielleicht kennt ihr da ein geiles Tutorial, oder so. Also, ich bin jetzt hier so ein bisschen überfragt. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich jetzt hier irgendwie anfangen soll. Kann ich hier die Sitze schon mal verschrauben? Ja. Ja. Er ist drin. Ich hoffe, er bleibt auch drin. Ein erster Erfolg in diesem Spiel. Muss ich den jetzt noch anschrauben, oder was? Aber letztes Mal hatten wir doch so eine Sitzbank, oder nicht? Hier. Für hinten, ne? Ich weiß nicht, ob da hinten überhaupt noch Leute sitzen sollen dann. Aber es sieht schon so aus. Ja. Erfolg. Ja. Oh, wo ist der? Alter, der andere Sitz wurde rausgepumst. Oh, nochmal einen kleinen Lütten hier. So, für zwischendurch. Oh, vielleicht haben wir jetzt den Wurf. Das ist traurig. Die Frage ist natürlich, muss man den noch befestigen? Oder fliegt der mir bei der ersten Fahrt gleich raus? Geil. Wir haben drei Sitze. Das sieht schon fast aus wie ein Auto. Können wir hinten schon mal die, äh, Gönn hacken? Gönn. Gönn. Da ist er. Geil. Guck mal, wie das nach einem Auto aussieht. Gib mir die Modehaube. Wie klebe ich das jetzt dran? Da. Gönn. Scheiße. Da ist mir die Windschutzscheibe weggeknallt. You've got to pimp mal rein, Alter. So, das sieht doch perfekt am Ort aus. Windschutzscheibe brauchen wir hier nicht. Sitz passt, wackelt und hat Luft. Darauf erstmal noch einen kleinen Lütten hier. Komm. Ein Bier ist kein Bier, sag ich immer. Scheiße, schon wieder zu wenig. So langsam habe ich kleine Erfolgserlebnisse mit dem Spiel. Wir geben nicht auf. Also, das ist alles schon an der richtigen Stelle. Aber wenn man jetzt mal drüber nachdenkt. Ich habe doch das ganz böse Gefühl, dass wir hier ganz viele Schrauben verschrauben müssen. Und da habe ich ja gar keinen Bock drauf, ne? Ganz kurz. Wir haben echt Hunger. Und urinieren müssen wir auch mal. So, wir suchen jetzt mal ein Feuerzeug. Können wir hier irgendwie Feuer machen? Hupka, irgendwas, Alter. Ohne Scheiß. Wieso spiele ich dieses Spiel? Ich kenne mich mit Autos nicht aus. Ich will jetzt Feuer. Wie mache ich Feuer, Alter? Start a fire. Oh, kann ich da die Würstchen drüber halten? Haben wir eine Würstchenzange? Ich weiß noch nicht so genau, wie ich hier die Würstchen anbekomme. Ich probiere mal was. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Alter. Pisst ihr doch nicht auf die Wurst. Scheiße. Das ist jetzt echt ekelhaft. Aber dann würde ich sagen, wir nehmen doch mal eben den Trecker. Und gucken, ob wir mal irgendwie einen Laden finden. Vielleicht finden wir eine Gebrauchsanweisung oder sowas für den Trecker. Für unser Auto. Damit wir das mal richtig zusammenschustern können. Immerhin wissen wir jetzt, wie wir fahren. Frag ich natürlich, wo fahren wir jetzt hin, ne? Ich meine, ich höre die Leute da die ganze Zeit rumsägen und sowas. Aber ist hier wirklich jemand oder? Ich bin alleine. Wenn ich dich seh, dann denk ich an ein Auto. Denn deine Hupen sind so wunderschön. Sag mal, komm ich jetzt lieber irgendwo an oder was? Nach Loppel geht's nach links. Nach Rikipoya nach rechts. Ne, wir wollen ja mal rüber, glaube ich. Hier nach Rikipoya, Alter. Und jetzt gibt Gas. Oh, hier ist ein schönes Feld. Können wir da quer mit ein? Jo. Oh, da hinten wird ein Auto. Das ist doch Licht gewesen, habe ich gerade gesehen. Stopp, 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 stopp. Ey. 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 wir hier vorne in die Rüstung rein und dann sowas. Ich sterbe vor Dorst oder so bestimmt gleich. Ich muss dringend Bier trinken. Ich find jetzt so schnell auch nicht mehr nach Hause. Ich muss den Supermarkt finden oder irgendwie sowas. Das Spiel ist ja total stressig, ey. Der Hunger, der setzt auch gar richtig ein. Und Stress ist auch unnormal. Scheiße, scheiße, scheiße. Und ich bin auch richtig dirty. Ich hab mich auch nicht gewaschen. Oh, hier sind wieder Häuser. Hier ist eine Straße nach rechts. Was ist hier? Ein krasser Hof. Ein Auto. Da kann ich gar nichts mitmachen, ne? Scheiße. Dann legen wir uns mal eine Runde hin und gucken mal, was morgen so noch los ist. So. Ballfield, Alter. Kenn ich irgendwo her. Wo ist denn der Traktor jetzt? Meine Herren. Oh. Jawohl. Ich kann fahren. Ich kann fahren. Mit dem Moped. Oh, Feuer. Jawohl. Abfahrt. Abfahrt. War ein Hardwin. Rocker. War ein Hardwin. Stopp. Dingel, dingel, dingel. Oh, da sitzt einer. Verkauft der mir was? Schau mal. Kann ich hier was kaufen? Der hat irgendwie keinen Bock, ne? Alter, da ist wieder der andere. Schnee. Hier ist er. Oh, fuck. Alter, was ist der für ein Raser? So, jetzt fahren wir hinterher. Alter, der ist umgedreht. Der ist so creepy. Der ist so creepy. So, jetzt. Wir fahren jetzt hinterher. Ey. Ey. Vierter Gang, jetzt maximale Power. Ich fick dich. Ich fick dich. Ah. Scheiße. Rüste dich auf. Rüste dich auf, Junge. Scheiße, wo ist der? Da ist er. Da hinten. Da. Der ist ja gerade weggefahren. Am Horizont. Ich fahr dem hinten in die Kuhle rein. Oh, shit. Oh, weia. 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 Oh, weia.